Hey, willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Traumzeit. Okay, ich will heute was zu harter Arbeit erzählen. Und zwar, ist harte Arbeit notwendig, um meine Ziele zu erreichen? Ja, wir Deutschen sind bestimmt ein Stück weit konditioniert zu harter Arbeit. Es ist ein Ideal, was auch mir über meine Eltern beigebracht wurde, was gelebt wurde, was ich mir angeschaut habe. Hart arbeiten, Arbeit ist gut, man muss kämpfen für seine Ziele und so weiter und so weiter. Ich bin mittlerweile der Auffassung, dass es viele Wege gibt, die zum Ziel führen. Harte Arbeit ist bestimmt nicht schlecht, also, dass du Energie reingibst in die Sache, die du erreichen willst. Auf der anderen Seite gibt es aber unendlich viele Möglichkeiten, wie du deine Ziele erreichen kannst. Und neben harter Arbeit möchte ich dir auch mal folgende Idee vorstellen. Wenn du in einem Bereich arbeitest, der dich unzufrieden macht, den du eigentlich gar nicht willst, aber du zwingst dich dazu, dann wird irgendwann das Resultat Unzufriedenheit sein. Also entweder du wirst aufgeben oder du wirst krank werden. So, und jetzt nochmal die inspirierende Arbeit, die Inspiration, die Leidenschaft. Wenn du für was brennst, wenn dir etwas Spaß macht, dann musst du da nicht kämpfen für. Ja, dann machst du es gerne. Deswegen empfehle ich, schau mal, schau mal, was du wirklich willst. Heißt, wenn du zu mir kommst und mich fragst, ey, wie kann ich mehr Kohle verdienen? Dann würde ich vielleicht eher fragen, was macht dir Freude? Was machst du gerne? Weil das, das ist der Bereich, in dem es dir leicht fallen wird, große Sprünge zu machen. Was kann ich? Was mache ich gerne? Wofür brenne ich? Das sind so Fragen, die wichtig sind. So, und da kommt dann auch das Gesetz der Anziehung ins Spiel. Wenn du da mit arbeitest, wenn du da visualisierst, wenn du Affirmationen sprichst, in den Bereich, für den du brennst, dann wirst du Riesensprünge machen. Dann geht es so viel leichter. Also würde ich als erstes mal die Frage stellen, was will ich wirklich? Wofür brenne ich? Was ist meine Leidenschaft? Und vielleicht findet sich dann ein Weg, der dir die harte Arbeit erspart. Und du musst nicht kämpfen. Denn es kommt, es kommt leicht. Und das ist übrigens auch eine gute Affirmation, die du mit aufnehmen kannst. Ich möchte, dass es leicht kommt. Ich möchte, dass es mir zufällt. Ich möchte, dass es leicht ist. Ich möchte, dass es mir Freude macht. Ich will Erfolg mit dem, was ich liebe. Mit dem, was mir Spaß macht. Damit will ich Erfolg haben. Okay, das war nur eine kleine Inspiration, aber eine wichtige. Vielen Dank für deine Zeit und Aufmerksamkeit. Alles Gute von Herzen. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020